Egal ob Sie ein kleines Projekt oder ein großes Projekt planen, irgendwann müssen Sie einmal Ihre erste Site erstellen. Und ich befinde mich jetzt hier im Moment bei einem frisch gestarteten Adobe Muse und bei mir sieht man im Moment diesen Willkommensbildschirm und da kann man natürlich sehr einfach jetzt hier auf Neu erstellen Site klicken. Wenn Sie so ein bisschen ähnlich ticken wie ich, dann mögen Sie diese Willkommensbildschirme vielleicht genauso wenig wie ich und haben irgendwann mal hier das Häkchen gemacht, sodass man nicht jedes Mal von diesem Willkommensbildschirm begrüßt wird, dann kann man einfach hier oben über das Menü auf Datei Neue Site klicken, um eben eine neue Site anzulegen. Wenn das bei Ihnen ein wenig anders ausschaut, dann vermutlich deswegen, weil bei Ihnen die erweiterten Einstellungen zurzeit nicht angezeigt werden. Das System merkt sich das immer, also wenn Sie einmal die erweiterten Einstellungen öffnen und in Zukunft eine neue Site erstellen, dann werden Sie in Zukunft auch immer direkt die erweiterten Einstellungen sehen. Und hier würde ich Ihnen auch empfehlen, sich die erweiterten Einstellungen einmal anzuschauen und wir werden die jetzt gemeinsam ja peu a peu durchgehen. Hier oben kann man auswählen zwischen variabler Breite und fester Breite, auch wenn variable Breite die Standardeinstellung ist und ich Ihnen später auch variable Breite empfehlen würde. Wir fangen hier erst einmal mit fester Breite an. Dann hat man hier auch ein paar weniger Elemente zu erklären und die noch fehlenden Elemente werde ich Ihnen dann später erklären. Fangen wir zuerst einmal hier oben mit der Seitenbreite an. Die Seitenbreite, da steht jetzt 960. Aber 960 was? 960 Eierkartons? Nein, die Einheit im Web, das sind immer Pixel. Und da man im Web eigentlich immer von Pixel redet, hat man hier bei Adobe Muse gesagt, naja, dann können wir es uns auch sparen, das PX da immer hinzuschreiben. Bei anderen Systemen, wie einer Textverarbeitung, da ist es meistens ein bisschen anders. Dort ist mal von Millimetern die Rede, mal von Zentimetern die Rede, mal von Punkt die Rede und so weiter und so fort. Da gibt es dann wirklich Sinn, die Einheit immer hinzuschreiben. Aber da man im Web einfach immer von Pixel spricht, kann man die PX auch weglassen. Jetzt steht da 960. Warum 960? Hat sich das bei Adobe jemand ausgedacht? Nein, 960 ist eine Einstellung, die Sie auf ganz, ganz vielen Systemen finden. Für die horizontale Breite, für die Seitenbreite ist 960 oft sehr, sehr sinnvoll. Was ist der Gedanke dabei? Man geht davon aus, dass der Rechner, auf dem die Webseite sich später angeschaut wird, wenigstens eine horizontale Bildschirmauflösung von 1024 Pixel hat. 960 zu 1024 Pixel. Da fehlen also 64 Pixel. Warum? Naja, auf einem Computer benötigt natürlich auch der Browser selber ein Fenster. Und dieses Fenster belegt auf der linken Seite ein wenig Platz, auf der rechten Seite ebenfalls. Auf der rechten Seite haben wir darüber hinaus meistens noch einen Scrollbalken. Und naja, wenn man das alles so ein bisschen mit in Betracht zieht, dann kann man sagen, bei 960 sind wir auf einer guten, sicheren Seite. Und deswegen geht man davon aus, 960, das ist eine sinnvolle Größe. Dann haben wir hier die Einstellungen rund um die Spalten. Spalten, vielleicht denken Sie ähnlich wie an Ihrer Tageszeitung jetzt an so ein Mehrspalten-Satz. Und genau das ist hier nicht gemeint. Bei diesen Spalten geht es wirklich darum, dass man so etwas wie ein Gestaltungsraster hat. Und man findet, wenn man sich das Ganze anschaut, im Alltag dann sehr, sehr häufig Webseiten, die nach einem Gestaltungsraster mit 12, 16 oder 24 Spalten erstellt worden sind. Wenn wir jetzt beispielsweise jetzt hier zwölf Spalten haben, dann sollten Sie sich das allerdings, wie gesagt, jetzt eben nicht wie bei einer Tageszeitung vorstellen, dass wir jetzt zwölf Textspalten nebeneinander haben, sondern im Alltag könnte das dann zum Beispiel bedeuten, dass wir eine Textspalte haben, die vier Spalten breit ist. Und rechts daneben ist dann vielleicht eine Grafik, ein Bild und das wäre dann acht Spalten breit. Wenn man dann mit einem derartigen Gestaltungsraster arbeitet, dann gibt es für das Auge solche Führungslinien, obwohl die dann nicht gezeichnet sind, erkennt das Auge diese Führungslinien und kann damit dann sehr, sehr gut sich auf der Seite zurechtfinden. Und dadurch sieht die Seite nicht unordentlich aus. Beachten Sie bitte, wenn wir jetzt hier Einstellungen vornehmen innerhalb dieses Dialogfelds, dass Sie nicht versehentlich die Enter-Taste oder die Return-Taste drücken, weil dadurch wird dieses Dialogfeld, so wie es jetzt ist, übernommen. Also wenn Sie von einem Feld zum nächsten Feld hüpfen wollen, dann machen Sie das wirklich am besten mit der Maus oder mit der Tabulator-Taste. Dann können wir nämlich hier auch zum Spaltenabstand gehen. Der Spaltenabstand ist das, was zwischen den Spalten vorherrscht. Wenn wir jetzt also unsere Spaltenbreite von 960 Pixel haben, diese 960 Pixel jetzt in zwölf Spalten teilen, dann soll zwischen den einzelnen Spalten immer noch ein bisschen Abstand sein. Und der ist jetzt hier auf 20 Pixel gesetzt. Und ob das dann sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, das muss man dann individuell entscheiden. Aber hier diesen Spaltenabstand von 20 Pixel, das gibt durchaus schon Sinn. Dann können wir hier auch in das nächste Feld hinein hüpfen und zwar die minimale Höhe. Na, was kann man sich jetzt unter minimaler Höhe vorstellen? Naja, die Seite hat eben in unserem Fall immer mindestens 500 Pixel. Die einzelne Seite kann durchaus auch 1000 oder 1500 oder 2000 Pixel haben. Aber 500 Pixel, das ist jetzt hier festgesetzt, hat die Seite immer minimal. Wenn Sie jetzt die ein oder andere Seite haben, die vielleicht länger nach unten geht, ist das kein Problem. Sollte man eine Seite haben, die jetzt vielleicht ein bisschen kürzer ist und man braucht die 500 Pixel eigentlich nicht, dann wird die Seite aber trotzdem 500 Pixel groß sein. 500 Pixel, das ist schon die unterste Grenze für so eine minimale Höhe. Stellen Sie sich vor, wenn Sie sich das Ganze jetzt auf einem Gerät anschauen und Sie setzen das vielleicht nur auf 300 Pixel hier diesen Wert, getreu dem Motto, nach größer machen kann ich es ja immer, dann würde das im Browser sehr unschön ausschauen, weil so eine Browser-Seite ist wirklich eine Seite, die im Browser quasi schwimmt und dann hätte man unten einen unschönen grauen Rand, wo diese Seite im Browser schwimmt. Umgekehrt, wenn man diesen Wert zu hoch setzt, meinetwegen auf 1500 Pixel, man auf der ein oder anderen Seite aber die 1500 Pixel gar nicht braucht, würde der Benutzer trotzdem einen Scrollbalken auf der rechten Seite angezeigt bekommen und der kann dann auch nach unten, wenn man so will, ins Nichts hinein scrollen. 500 Pixel finde ich grundsätzlich eine sehr sinnvolle Größe, da würde ich Ihnen ebenfalls empfehlen, das Ganze so zu lassen. Mit dieser minimalen Höhe, auch wenn es jetzt hier nicht direkt steht, ist auch hier unten diese Funktion wichtig, Futter immer unten. Man kann auf den Webseiten festlegen, das soll im Futter stehen und jetzt ist es egal, wie groß die Seite ist, ob die Seite jetzt 500 Pixel ist oder 1000 Pixel ist, es würde jetzt dafür gesorgt, dass das immer unten positioniert ist. Auch das eine sinnvolle Größe. Schauen wir uns mal die Ränder hier an. Die Ränder hier, im Moment ist diese Kette geschlossen. Wenn Sie wollen, können Sie diese Kette auch aufbrechen und können hier andere Ränder festlegen. Hier diese Randeinstellung, das wird in der Tat meistens von mir geändert, aber zuerst einmal möchte ich kurz erklären, was es mit dieser Randeinstellung auf sich hat. Diese Randeinstellung muss man sich so ein bisschen ähnlich vorstellen, wie man das auch in einer Textverarbeitung oder in einem Satzsystem hat. Also der Bereich, von dem man später nicht möchte, dass dort etwas steht. Aber wenn man will, kann man dort trotzdem etwas hinschreiben. Das können Sie ja in Word auch. Sie können, wenn Sie wollen, in Word in den linken Bereich, in die drei Zentimeter, die eigentlich für die Lochung vorgesehen sind, trotzdem etwas hinschreiben, wenn Sie das denn wirklich wollen. Also man kann das Ganze ändern, aber die Objekte, wo Sie die später hin positionieren, da ist es dann Ihnen überlassen. Wenn Sie wollen, können Sie die Ränder später komplett ignorieren. Es ist also während des Satzes eher eine Hilfe. Ich persönlich setze die Ränder auf der linken Seite und auf der rechten Seite hier immer auf 10 Pixel. Das sorgt nämlich dafür, dass wir mit 960er Spaltenbreite, zwölf Spalten und dem Spaltenabstand von 20 dann wirklich sehr, sehr gleichmäßige Spalten hinbekommen. Jetzt haben wir hier noch den Innenabstand. Der Innenabstand ist in der Tat immer so das, was am schwierigsten zu verstehen ist. Wie ich gerade schon mal sagte, man muss sich so eine Webseite so vorstellen, dass das wie ein Blatt ist, welches innerhalb des Browsers schwimmt. Genauso wie das hier schwimmt, so schwimmt später auch der Bereich, wo man Bilder und Texte hin positionieren kann. Und hier kann man jetzt quasi einfach sagen, der Innenabstand oben, das ist dieser Abstand, der Abstand unten und der Abstand links soll einen bestimmten Wert haben. Der Abstand links ist hier gar nicht so wichtig, weil hier im Moment ohnehin das Ganze auf mittig gesetzt ist und das dafür sorgen würde, dass es ohnehin immer hier sich in der Mitte ausrichtet. Wenn Sie wollen, können Sie das aber dann quasi so ein bisschen verschieben, dass es einen kleinen Offset bekommt. Wenn man das Ganze auf links bündig setzt, dann kann man eben auch diesen Abstand rechts definieren. Oben und unten, da würde man dann dafür sorgen, dass die Webseite nicht oben anfängt, sondern ein bisschen weiter nach unten versetzt anfängt. Naja, ich würde diese Einstellungen hier erst einmal so lassen. Genauso wie ich das Ganze hier auf mittig stehen lasse. Kommen wir zum Punkt Auflösung. Da steht im Moment Standard. Das kann man auch auf High DPI stellen. Ist auch in der Tat eine sehr, sehr schöne Sache, das Ganze auf High DPI zu stellen. Mittlerweile gibt es viele Leute, die sich Webseiten auf Geräten anschauen mit sehr, sehr hochauflösenden Displays. Beispielsweise iPads mit einem Retina Display oder oder aber auch ein iMac mit einem Retina Display oder ein normaler Windows PC mit den sogenannten 4K oder 5K Bildschirmen, wo man ganz, ganz feine Strukturen erkennen kann. Und dort wird bei den normalen Bildern quasi dann immer gesagt, wir brauchen eine doppelt so hohe Auflösung. Und das bedeutet aber auch, dass Sie Ihre Bilder in einer doppelt so hohen Auflösung erst einmal haben müssen. Diese Bilder sind dann de facto viermal so groß auf der Festplatte. Also nicht ganz unproblematisch, wenn diese Bilder nachher über das Internet übertragen werden. Das Schöne daran ist, Sie müssen nur die Bilder zur Verfügung stellen. Adobe Muse kümmert sich dann später selber darum, ob die niedrig aufgelöste Version zu dem Gerät geschickt wird oder die hoch aufgelöste. Auf dem Webserver landen dann immer eine normal aufgelöste und eine High DPI aufgelöste Version. Hier steht im Moment Deutsch. Das ist schlicht und ergreifend die Sprache für die Rechtschreibeprüfung, aber auch für das ein oder andere HTML Widget, damit wir dort beispielsweise dann Lokalisierungen haben, die dann, naja, eben dafür sorgen, dass Datumsinformationen entsprechend angezeigt werden. Sie haben gesehen, man kann da echt eine ganze Menge einstellen und einen Punkt habe ich Ihnen noch nicht erklärt, nämlich die variable Breite. Das werde ich zu einem späteren Zeitpunkt machen. Wenn Sie jetzt erst einmal loslegen wollen, können Sie auch auf Variable Breite gehen. Lassen Sie einfach die Standardeinstellungen so, wie sie sind. Aber was es mit der Variablen Breite auf sich hat, das will ich in der Tat zu einem späteren Zeitpunkt erklären.